Ich bin prädestiniert dazu, dies mit meinem Crafting-Tableau zu errichten. Und du, hier ist irgendwas gefailt mit dunklem Holz. Warum ist das hier und nicht da? Das musst du wissen, weil du hast das dunkle Holz gesetzt, Madame. Ja, aber du hast, nee, ich hab hier das dunkle Holz erst gesetzt, nachdem du das helle gesetzt hast, du blöd, Mann. Na, Mann, 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 Mann. Merkt ihr schon, wie er sich, wie er Ausflüchte sucht für seine Versagen? Mann, geh weg! Geh weg! Wie er für seinen Versagen einfach nur Ausflüchte sucht. Mann, 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 Mann. Einmal mit Profis. Maul. So. Zack. Diagonal and all. Zack, zack, zack und zack. Und jetzt machen wir da, zack, zack, zack. So, und jetzt hauen wir das Überschüssige weg. Das wäre in dem Fall vor allem erstmal der. Musste der Niklas schon wieder in die Haier? Mit Sicherheit. Mama hat gemeckert. Aua. Das ist eindeutig zu tief. Da komm ich nie dran. Dann muss ich mich hochbauen. Ich freue mich. So. Das weg. Und dann, Moment, eins, zwei, da sind wir einen rübergegangen. Also kann das weg, das weg und das weg. Und noch das und das weg. So. Das wäre die Rundung. Oder? Und Treppchen oben drauf noch. Ja. Bin ich glücklich. Jetzt müssen wir nur, ähm, ja. Der dunkle Holz noch druff, druff packe. Irgendwie. Zack und zack. Und dann kommt hier irgendwie, ach man ey, ich muss hier, zack. Und jetzt muss ich hier so ganz ekelhaft auch wieder hier an der Ecke arbeiten. Das ist so richtig, richtig ekelhaft. Ja. Also hier kann es auf jeden Fall tief fallen. Unnötig. Unnötig. Hoch. So. Gut. So, also mit den Treppchen sieht es schon mal ganz gut aus. Jetzt habe ich aber langsam kein Holz mehr. Du kannst da ja gerade die Treppe runter. Ich werfe dir das mal da runter. Au. So. Der muss weg. Und dann haben wir hier noch einen. Der muss auch noch weg. Also in die Ecke wieder dunkles Holz, oder? Ja. So wie ich das da drüben gemacht habe, würde ich sagen. Ah ja, ich habe es gerade gesehen, ja. Verdammt. Ich habe kein dunkles Holz mehr. Jetzt habe ich nur noch einen einzigen Block. Ich glaube, ich habe noch zwei. Ich darf doch Holzfarben gehen. Ja, dann mache ich das eben. Du warst ja gerade eben schon. Lass dir die zwei Blöcke noch hier. Wow, da komme ich zu weit mit. Vielen Dank. Bitte, bitte. Habe ich doch gern getan. Aber ich gehe mal eben. Was hast du gern getut? Getutet. Gern getut. Ähm. Wobei, das reicht. Zumindest für die eine Seite. Glaub ich. Wenn ich das richtig beobachtet habe. Ja, habe ich. Habe ich richtig beobachtet. Und was finde ich? Face Window. Was? Nein. Starr war's. Starr war's mal heile. Doch jetzt sind kaputt. Gut. Ja. Dunkles Holz. Dark Wood. Wie viel brauchen wir? Äh. Boah. Zwei, vier. 21 reichen, oder? Sechs. Ja. Ja. Könnte reichen. Wobei. Nee. Mehr. 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 Mehr Holz. Mehr Holz. Mhm. Salziges. Salty Mehr Holz. Brauchen wir echt mehr als 21. Ja. Wie wollen wir denn die Rotorblätter machen, Chef? Schon Gedanken gemacht? Wolle. Ja, das auf jeden Fall. Ähm. Zaun und Wolle. Okay. Habe ich eine Idee. Glaube ich. Das wird sowieso lustig. Meine Güte. Wir können nicht fliegen. Boah. Das wird eine Aktion, das Ding zu bauen. Das wird ein Scheiß. Das wird ein Scheat, wird das. Scheat. Scheaten. So. Ach, dann kann ich ja hier jetzt mit Ding jetzt bauen. So, also 41 reicht aber, oder? Das sollte reichen, ja. Gerade so eben. Behaupte ich jetzt einfach mal, dass das gerade so eben reichen wird. Ja, ich bin ja der Hinterwäldler, ne? Also ich krieg dann hier auch meine eigene Hütte. Von draus vom Wald komm ich her. Aus der Mühle komm ich her. Ich muss euch sagen, es schneit hier sehr. Hallo. So. Hallo. Ähm. Ja. Ja, hier, dunkel. Ja, 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 ja. Dunkel war es der Mondschule helle. Musst du machen. Ne, nicht so. Ach so, scheiße. Nach innen, ja. Ja. Setz mir da mal einen Block. So, genau. Und jetzt kannst du mit dem quasi den nächsten dunklen hier dran setzen, an die Seite. Warte, ich mach mal hier so. In die Mitte kommt sowieso wieder ein Heller, siehst du? Und hier mach ich mal so und jetzt kannst du... Ne, war richtig. Wie war richtig? Ja, war richtig. Mach wieder hin. So, und jetzt machst du hier daneben die zwei dahin. Ja, und schon ist die Seite fertig. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Das heißt, ich mach jetzt erstmal hier... Die Seiten... Oh. Shit. Na gut, ich muss eh mal was futtern. Ach so, das ist sowieso dunkles Holz hier. Mist. Ich mach schon wieder hier. Fail. Fail, Bob. Tora wieder. Super, wir haben unseren Ausgang zugebaut. Ja, dann hau es ihn wieder auf. Nein, oder hau es da woanders hin, oder... Ach, was weiß ich, der Geier. Mach doch, was du willst. Ich muss ja hier... Scheiße. Ich muss ja hier noch irgendwo rauskommen. Port nicht zu mir. Mal schlecken. Ne, Tora, wir cheaten hier nicht. So, auf der anderen Seite habe ich das wie gemacht? So, gut. Ja. Ne, ja doch. Hä, warum hast du hier dunkles? Hier muss dunkles hin, oder was? Da, wo du jetzt stehst, muss dunkles hin, richtig. Also. Hep, hep. Auf der anderen Seite auch. Alter, der nix kriegt ja gebacken. Ich sag auch genau, wo du jetzt stehst, muss dunkles hin. Warum macht er? Geht noch einen weiter vor. Einmal möchte ich mal mit Profis. So. So, das stimmt jetzt hier aber auch nicht, oder? Der muss weg. Ja, der muss jetzt schon wieder einen nach innen. Ja, ich bin grad. So. Wollen wir noch zwei dunkle, dann haben wir das fertig hier. Zwei. Zwei dunkle. Wohin? Da hoch. Ja, hier. Soll ich jetzt da hoch kommen? Hier, wo ich jetzt stehe. Ja, jetzt schmeiß hoch. Ja. Ja, reicht. Danke. Zack. Äh. Hä? Du hast doch zwei hochgeworfen. Schon. Ich hab nur einen. Wie jetzt? Hast du den einen wahrscheinlich wieder versehentlich aufgesammelt. Ja, jetzt hab ich. So. Fertig. Jetzt haben wir nur noch hier die letzte Ecke und da drin ist ein Enderman. Sehr schön. Ja, wir haben auch sehr mit Beleuchtung, äh. So. Jetzt muss nämlich hier dunkles Holz, da dunkles Holz und hier kein helles Holz. Ja, jetzt bin ich oben. Hier. Kommst du von da besser dran? Zack. 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 Fertig. So. Da drin ist ein Enderman, hast du gesagt. Ja. Ist mir jetzt aber egal. Ich geh jetzt mal hier runter. Auf der anderen Seite ist offen. Also wenn da jetzt... Ja, aber ich hab ja hier noch deine Dingens hier. Leitären. Achso, nee, die Dinger. Die... Half... Steps... Slaps... Schweppes. Schweppes. Wow. Jetzt wär ich fast abgestürzt. So Mist. Hab ich denn genug davon? Ja, hab ich. 20 Stück reicht. Nein. Falsch gesetzt. Falsch gesetzt. Der auch. Warum hat der da jetzt zwei gesetzt, der Palötmann? Palötmann. Ach ja. So. Haben wir jetzt... Nein, immer noch nicht. So. So. Jetzt ist hier einmal komplett herum. So, und wie komm ich jetzt lebend hier runter? Au. Einfach draußen lang springen. Das überlebst du. Au. So. Jetzt gehen wir mal runter. Jetzt möchte ich mal gucken. Auch wenn du gelähst? Oder willst du erst noch pennen? Pennen zuerst. Gott. Und dann gucken wir uns unser Kunstwerk an. Pennen. Pennen. Ach Gott. Wie oft wir pennen gehen hier. Brutal. So. Nö, bin ich gespannt. Weißt du, was jetzt geil wäre, wenn der Enderman Blöcke klauen würde? Aber wesentlich besser jetzt. Ne, wesentlich. Auf jeden Fall. Aber sowas von. Mhm. Aber sowas von besser. So, dann würde ich mal sagen, machen wir erstmal eben innen die Etagen fertig und dann kümmern wir uns außen um. Wenn wir jetzt innen die Etagen fertig machen, dann ist es schon wieder spät genug. Dann haben wir schon wieder die zwei Stunden voll für heute. Ja, dann machen wir erst das Rotorenblatt. Können wir auch das Sahnehäubchen fürs nächste Mal aufheben? Ne, sehe ich nicht ein. Will ich heute fertig haben. Bei Mike stehe ich jetzt ganz oben auf der Todesliste. Ne, ich mach das auf jeden Fall nicht mehr. Das ist das letzte Mal gewesen jetzt, dass ich so müde gespielt habe. Was ist denn hier? Warum ist denn hier der Dirt? Achso, ja. Weil wegen der Zwischenetage. Ja. Die würde ich mal komplett rausnehmen wieder, oder? Das hier neu aufteilen, weil wir haben jetzt hier komplett anders. Boah, hier ist auch stockdunkel, echt. Wie ein Bärenarsch. So, lass mal nach unten. Durchgraben alles hier. Die eine Facke bringt es dann auch nicht. Jetzt habe ich keine Schere. Blöd. Palöt. Blöd. Dann mache ich das jetzt mit einem Seed. Mit einem Samen. Baumsamen. Hau ich das jetzt weg. So. Hab da jetzt davon. Ich habe noch ein bisschen Schere gehabt hier. Blöde Wolle. Ein Hauch von Schere. Ich hau dir, ich hau dir mit, mit einem Baum-Sappling. Die Wolle vom Arsch. So, ja, wie hochsetzen wir das denn? Wie hochsetzen wir das denn? Höher. Eins höher, zwei höher, drei höher, vier höher, fünf höher, sechs höher. Was sind denn jetzt eigentlich die Zwischenebenen, oder willst du jetzt erst das Rad? Die Zwischenebenen. Bei dem Rad sind wir mit Sicherheit eine Stunde zu Gange. Mit Sicherheit. Brauchen wir nicht so lange dafür. Doch, definitiv. Ich denke nicht. Weil es soll ja kein 0815 Rad sein. Das wird doch kein 0815 Rad. Ich meine, wir haben für das bisschen Umbauen jetzt hier, haben wir ja auch schon wieder eine halbe Stunde gebraucht. Das bisschen, ja komm. Nur so am Rande. Das ist ja, aber im Rad, das ist ja eine ganz andere Dimension. So. Gut, da oben haben wir noch Bau-Fails, aber das ist egal. Die kriegen wir noch weg. Wir müssen eh hier oben die Taten. Warum haust du denn das jetzt weg? Was ist denn mit der Etage da oben? Wie willst du jetzt da hinkommen? Willst du dich doch hochfurzen? Und wenn? Mr. Methan. So. Durchfall, Mann. Genau, der Durchfall, Mann. So, kommen sie mit. Er hat wieder Vorstellungen, der Junge hier. Wah, der Enderman. Gott hat er mich jetzt erschreckt. Wah, scheißegal, hau ihn weg. Wo ist er, die blöde Sau? Komm her. Ich gehe hier hin, hier kann er nicht spawnen. In der Zwischenzeit esse ich meine Kartoffel. So, ja, ähm. Wie teilen wir das jetzt auf? Kein Plan, wo der jetzt ist. Erstmal wir hier weghauen. Und dann, keine Ahnung, wir werden aufteilen. Vielleicht pro Fünferetage, pro Fünferdingens einen Boden. Ja, würde ich auch sagen, weil sonst wird es zu viel. Wuch. Au. Hast du dich jetzt auch runtergebuddelt? Madame, des Messieurs. Hast du jetzt wenigstens so, dass ich noch da rüberkomme? Oder kommst du von da außen dran? Ich glaube. Ja. Gut. Dann übernehme ich mal die Seite hier. Oh, jetzt hätte ich mich fast auch wieder runtergebaut. Ich sammle hier mal ein bisschen auf. Dann haben wir die Ebene gleich weg. Das ist wunderschön. Ein kleiner Schandfleck. Ja, ich würde halt immer da, wo diese, diese komischen Holzstrippen enden, würde ich halt den Boden ziehen. Dann sieht das nicht allzu beschissen aus. Von unten. Also immer da, wo du jetzt. Also hier quasi. Genau. Ja, richtig. Hoch. Ich geh mal auf die andere Seite. Ey. Ist eins hoch. Man muss immer hüpfen. Machen heute mal Hüpf, Hüpfparade. Hep. 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 Oh, der war eins hoch. Und. Hep. Und. Hep. Und. Hep. Hier wie aus, äh, von, von, äh, Biene Meier hier. Hep. Und. Hep. Scheiße, ich komm grad nicht auf den Namen von der Grille. Ja, von der Grassepfarr. Ja. Hie ist der nicht Flip oder so? Ja, doch, Flip war das. Flip war das, genau. Und. Hep. Hep. Und. Hep. Hep. So, dann sollten wir uns noch einigen, auf welche Seite wir die Leitern machen. Hep. Würde mal sagen, an die Rückseite, oder? An die Rückseite. Was? Rückseite? Die Leitern.